Boah, geht doch, ey. Puh. Da hört man einen Enderman und auf einmal steht ein Creeper vor dir. Heftig. Voll gefährlich, ey. Schneeball. Kübis lass ich erstmal hier. So. Uah, boah, der mich ist erschrocken, ey. Ich hab grad unten in die Leiste reingeguckt. Heftig. Was macht der da drin? Geh weg. Böse. Pfui. Alter. Jetzt haut er mich auch noch. Wo soll er jetzt hin? Na, geh doch da rein. Ich hab Angst. Ach, egal. Brrrt. So, erstmal. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Sechs Stück. Was war das jetzt? Das sind ein paar verschwunden einfach. Wie geht denn sowas? Brrrt. So wird denn die Erde so schnell normal wieder. Toll, natt. Fünf, sechs, sieben. Ach. Ich hab nur vier. Brrrt. Brrrtig. Brrrtig. Ich glaub, da drunter mach ich mir so'n Wasserfluss. Einfach. Oder? Wär doch voll gut, oder nicht? Mach ich einfach, ähm... So. Und dann... Zack. Zack. Irgendwie muss ich ja hier rauskommen noch, ne? So. Das heißt, ich muss einmal komplett da drunter, ne? Äh, toll. Wie mach ich das denn jetzt? Also muss ich noch einen tiefer. Noch einen tiefer. Shit. So, 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 so. Fackel, fackel, fackel. Kohle. Nehmen wir selbst, selbst, selbstverständlich mit. So, dann schütten wir das wieder zu. So, dann schütten wir das wieder zu. Okay, das haben wir. So. Fackel. Ich höre Wasser. Zu. Und dann jetzt aushöhlen. La 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 la. La 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 la. Meine Mitrie-Spitzhacke. Hm. Ich hab ja eigentlich, ich wollte die eigentlich nur für, äh, für das Obsidian benutzen. Aber irgendwie... Das geht so fix damit. Der Eisennacke geht da dauert immer so lange, ey. Das ist meine Rüstung eigentlich noch ganz, ja. Die hält auch genug aus. Da, 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 da. La 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 la. La la la. So, wie weit noch? Ähm, die beiden noch, ne? So, 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 so. Gleich haben wir was. Die Fackel mache ich mal hier hin. Ja, und eine daheine auch noch. Ähm, genau. Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Ich brauche zwei-, dreimal Wasser. Das heißt, ich pflanze erst mal da einen hin. Oder mache ich mir hier oben so ein Planschbecken. Am besten hier unten. So. Zack. Genau. Jetzt hab ich unendlich Wasser. Wenn ich also jetzt hier einen hinsetze. Wow. Da muss ich da einen hin. Da dauert ja Ewigkeiten hier alles voll zu machen. Da einen hin. Da hin. Na gut, das klappt aber. So, so ist sie jetzt. Wird das überhaupt nicht befeuchtet? Um mal kurz nachgucken. Hm. Ist jetzt nicht. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt klappt. Reiner. Das Wasser. Dann hole ich mir das nämlich von hier hinten. Ne, geht doch gar nicht. Oh, das dauert ja Ewigkeiten, bis ich da durchkomme. Ich mach mal das so ein bisschen grob. Äh, da hin. Na komm. Da hin. Da, na toll, ist das weg. Äh, lauf, 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 komm. Nee, ich glaub, das reicht nicht. Oder? Kann ich ja sogar nicht sehen, ne? Ah, doch, guck mal. Oder? Nee, jetzt ist immer noch dunkel. Was ist jetzt der Unterschied? Ich weiß jetzt nicht. Nee. Ich glaub, das hat nix gebracht. Schade. Ich hab noch Knochenmehl. Nee, ich hab kein's mehr. Toll. So ein Mist. Dann kann ich das auch wieder wegmachen. Mit Steinen. Da, guck mal. Da wird nur die Erde nebenan. An den Seiten wird nass, aber nicht die, die da drüber ist. Sehr schade. Ich baller hier einfach alles voll. So. Dann brauch ich das hier nicht, äh, alles zumachen. Mach ich halt nur so. Also, Moment. Wasser nehm ich noch mit. Eins. Zwei. Und wieder zumachen, das Ganze. So. Es ist nix passiert. Das hat nass. Nee, das ist genau so dunkel wie das andere. Okay. Wow, guck dich das mal an. Ja. Ja. So viel kommt da nun wirklich nicht an. Hier unten. Hier. Da, ne. Weil ein Teil davon da oben drauf landet, ne? Das ist scheiße. Ich muss dich eigentlich oben auch nochmal pistens hinmachen. Hm. Das ist echt doof. Ich weiß gar nicht, wie ich das dann hinkriegen soll. Ach, ich lass das jetzt erstmal so. Erstmal was essen. Yum, yum, yum. Lecker Brot. Kann ich mir direkt neue machen? So. So. Ein Stück. Uah. Yum, yum, yum. Zuckerrohr. Zack, zack, zack. Weg. Weg. Ey, ey, ey. Ich geh lieber pennen. Ui, monst denn in die Nähe. So, lass uns. Weg mit dir. Boah, wo kommt der denn her? So. La, la, la. Brot dahin, das dahin. So, ja, alles verstauen. Dein. Weg, weg. Das hab ich noch. Ähm. Eisen. Jetzt sammelt sich wieder ein bisschen was an. Holz kann da rein. Die Hälfte. Ja, eigentlich ein mehr, aber egal. So. Da rein. Ähm. Ein zwei. Ein Stück da rein. Ein Stück da rein. Sand, Sand, Sand. Glas hab ich noch. Ein 50 Stück. Reicht fürs erste. Ähm. Faden. Weg. 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 Okay, kurz gucken. Wie man, ähm. Wo war denn das hier? Das mit dem, mit dem, mit der Verzauberung. Guck. Kommt der denn her? Zieh dich. Irgendwie. Ach so. Deswegen spawnen die hier alle, ne? Ich muss hier überall Fackeln verteilen. So war das, ne? Boah, Alter. Was macht der denn da? Headshot. Krasse Scheiße, ey. Hm. Auatsch. Na toll. Hm. So ein Müll. Okay, Fackeln, Fackeln, Fackeln. Überall angebracht. Da packen wir noch eine hin. Hier noch eine. Hier auch. So. Das müsste fürs erste reichen. Ich mach mir noch ein paar Fackeln. So. Ein paar Stecker. Schwarzpulver lassen wir hier. Ach so, genau. Ich wollte gucken, wie man das mit dem Zaubertisch da macht. Schleimball. Ähm. Halt fünf Hungerpunkte. Boah, das ist ja heftig. Komm, egal. Okay. Hm. Ich hab ein paar davon. Verwendet werden. Milch? Wo bekomm ich denn Milch her? Kakao. Hm. Kümisse zu halten. Okay. Ähm. Gemälde. Tö, 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 tö. Hier. Da sind wir doch langsam. Bücher. Bücherregal. Das heißt, wir brauchen Leder. Okay. Hab ich eigentlich nicht noch. Drei Stück hab ich gehabt. Und dann, 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 Endertruhe. Das kann von jeder Endertruhe auf der Karte zugriffen werden, wow. Da ist es doch. Ein Buch. Und, ja, und dann den Rest, zwei Diamante und Obsidian brauche ich. Das heißt, erst mal ein Buch. Da habe ich genug Platz für. Fünf, zwei, drei. Eins. So. Rein da. Zack. So, Bücherregale, wie macht man die? Boah, drei Bücher. Heftig. Okay, so viel mal zeige ich eh nicht. Aber da reicht der für den Anfang. Das heißt, ich muss jetzt Obsidian finden. Hm, soll ich mich jetzt hier durchgraben oder soll ich in die andere Hölle gehen? Hm, ich glaube, ich entscheide einfach das nächste Mal. Weil ich jetzt pennen gehen muss. Halt rein. Vielen Dank.